Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order International Edition So, wo müssen wir denn nochmal lang? Hier unten glaube ich Brauchen wir unser U-Boot? Ne, das war ja weg Oder? Ich weiß es gar nicht mehr Wir springen einfach, wir springen einfach mal Ins Wasser Okay, hätten wir die Mine Ganz vorsichtig an der Mine vorbei Äh, noch eine Stimmen wir damit? Ketten, wir können die Ketten lösen Doch, die zumindest Oder vielleicht mit einer Waffe Äh, ja, damit Aber, äh, aber erstmal hier Luft und, ja, okay, wieder Messer Ich will jetzt hier nicht ertrinken Es ist noch nie passiert, das soll auch nicht passieren Äh, ich hab auch schon eine Idee, wie Äh, das ist gar nicht der Schuss Schuss Verdammt, wie wechselt man nochmal? Ach man, wie wechselt man? Ich hab's vergessen Es ist jetzt schon etwas her, seitdem ich Im letzten Seitdem ich das das letzte Mal gespielt hab Äh Ja, alles andere weiß ich noch Nur halt das nicht Ja, das war falsch Findet sich erstmal eine von den Tasten ab Gut Optionen Steuerung Ich hab's versucht noch ein bisschen Oh gee, die ist das andere Ich hab's versucht noch etwas Besucher Das ist doch Also Ich hab's versucht noch ein bisschen Oder vielleicht kann ich unter Wasser einfach nicht schießen. Weil ich drücke schon die richtige Taste. Gut, dann habe ich es anscheinend doch nicht vergessen. Geht nur unter Wasser einfach nicht. Dann halt so und ertrinken mal am besten nicht. Hm? Oh, ist offen. Wir können weiter. Hier links müsste eine Treppe sein. Und hier ist auch eine. Gehen wir mal hoch. Eine Sache teste ich aber mal. Ich habe doch richtig gedrückt. Geht unter Wasser einfach nicht. Ah. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist, naja, da ist eine Tür. Aha. Noch mehr davon. Und da geht es auch nicht mehr weiter. Dann ins Wasser wieder. Und wann kommt denn hier nun das Ende vom ganzen Schwimmen? Vom ganzen Schwimmen. Unter Wasser hören wir uns das an. So, wo nun? Das ist doch wieder Holzmine. Oh, da geht es tief runter. Okay, ich glaube, wir brauchen wieder so eine Seemine. Die wir lösen. Ja, und dann müssen wir das damit sprengen. Okay, verstanden. Dann tief einatmen und runter. Oh, wo ist denn die Mine überhaupt? Oh, ne, hier vorne ist irgendwas. Hier wird nichts gespringt. Hier geht es irgendwo lang. Hier hoch. Ja, kletter hoch. Hier. Kann man, kann man von der anderen Seite öffnen? Da wollen wir mal nicht runter. Vielleicht wollen wir da doch ganz kurz mal runter. Ja, aber da nicht mehr. Das ist zu tief. Aber hier. Ah, da waren noch mehr davon. Und nun sind wir hier. Irgendwo. Trotzdem keine Ahnung, wie man diese Tür öffnet. Naja. Ja, ist leer. Ah, hier. Sollten wir hinbekommen. Ich möchte hier nun nicht überfahren werden. Aber wir sollen vermutlich mal in diese Richtung. Ah, ja, okay. Signal. Dort vorne sind welche. Aber ist nichts mehr. Dann geht es nun hier hin. Da vorne. Da vorne. So, das ist dann wahrscheinlich der Zug, den wir stillen sollen. Ich weiß nicht, wie der uns jetzt gesehen hat. Oh, Hund. Was? Ach da, hallo. Was? Von rechts? Da kann doch grad was von rechts. Von wo denn? Ach da. Oh wie viel sind denn da? Aua ich bin nicht tot. Ich bin sowas von tot. So das waren alle. Das waren nicht alle. So jetzt waren das alle. Ja doch nicht. Man kann ja seine Waffe aber sehr oft in sehr vielen Stellen laden. Die haben ja doch bestimmt irgendwo ein Lager wo Heilung ist. Ja hier. So wir nehmen mal die hier. Sparen uns die Pistolen Munition für Momente auf. Wenn wir wirklich leise sein müssen. Da ist einer drin. Gibt es nicht auch einen Hintereingang? Also einen zweiten Eingang? Ja allerdings kann man den nur von innen öffnen. Gut dann öffnen wir das Tor. Das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Vielleicht hätte man noch früher rennen sollen. Ach hier ist der Brenner aus. Das hier brauchen wir. Ja. Ja. Warum kann ich den so nicht treffen? Ach ist leer. Sehr schlecht. Und der blockiert dort alles was wir zum Aufladen brauchen. Nein. Warum machen seine Schüsse so viel Schaden? Wie viele, mit wieviel hat er uns gerade getroffen? Vier? Fünf? Ihr macht sehr viel Schaden. Na gut. Dann machen wir das nun besser. Natürlich hat er das überlebt. Hat er aber niemanden interessiert. Verdammt. Wir machen das nun leise. Ohne Verstärkung. Für die. Verdammt. Wir wurden gesehen. Verdammt. 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 Ich glaube das war der letzte. Ja. Ne. Jetzt haben wir alle. So, dann wählen wir das hier aus. Munition. Immer gut. Stimmt. Hier drin könnte man sich auch dann kurz verstecken. Zum Aufladen. Wir machen das jetzt ein Stück hoch und brechen direkt ab. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Wählt ihr die falsche Waffe aus? Falsche Waffe. Falsche Waffe. Ah. Das. Explodiert. Explodiert doch was. Oder? Doch nicht. Anscheinend doch nicht. Aber er ist tot. Ja, ne. Das wollen wir nicht. Also eigentlich schon, aber kann ich nicht einfach so tragen. So, dann wollen wir jetzt aber gucken, was dort drin ist. Okay, bleibt nicht auf. Pisten sind hier. Mit Pistolenmunition. Sturmgewehrmunition. Schrotflintenmunition, die wir nicht haben. Also, Schrotflinte haben wir nicht. Hier ist sicherlich auch keiner drin. Die wären mit Sicherheit direkt rausgerannt, sobald sie die Schüsse gehört hätten. Also zu uns, um uns aufzuhalten. Oh, Tür ist auf. Was haben wir hier denn noch? Heilung. Granate. Ne, doch. Granate. Ah. Sehr viel Rüstung. Und hier oben. Geht's wieder, geht's wieder runter. Aha. Noch ein Raum, da ist ein Luftschacht. Gucken wir gleich. Erstmal, gucken wir uns hier oben um. Es hat gerade, oh. Das war auszusehen. Auf das hat jetzt keine Gegner reingebracht. Natürlich. Tesla-Granate. Das hier ist Glas, wo ich nicht richtig durchschießen kann. Der ist tot. Und der auch. Das waren dann... ...hoffentlich mal wieder alle. Oh, ne, waren's nicht. Och, nö. Warum willst du noch einen Großer? Ich hoffe, ich habe gerade das Messer getroffen. Au. Ach, wo kommst du denn her? Wo kam der her? Ist der hier reingekommen? Jetzt verschwindet. Ist die wieder voll? Nein. Noch lange nicht. Aber der kommt immer näher. Deswegen rennen wir hier mal schnell vorbei in den Raum. Und laden auf. Und ist leer. Hier hat doch wer geschrien. Oder ist das der große Kante schreien? Das sind zwei. Einer ist tot. Und der andere rückt auch gleich. Da kam gerade noch einer hinter dem. Ah, nö. Da hinter dem kam gerade noch einer. Ich habe ihn genau gesehen. Wie viele kommen denn da noch? Oben hat er es ja eben glücklicherweise gespeichert. Also, alles gut. Vielleicht sollte ich das alles nicht... Also die ganze Heilung nicht direkt einsammeln. Ist doch Munition für... Für... Dings. Ein Scharfschützengewehr, oder? Ne, doch nicht. Ja, doch nicht. Doch nicht ganz. Ne. Stimmt, da liegt die noch. Und nicht so... Schlau darauf zu schießen. Wo lang? Hier lang. Ach, die Tür ist noch zu. Ja, dann. Dann kann hier ja eigentlich keiner reinkommen. Auf den... Weg hier. Alles gut. Da wo? Irgendwie kommt er durch die Wände durch. Ich hoffe, das explodiert nicht. So, das war der letzte. Ich glaube, der hat gerade seinen Arm verloren. Jetzt fehlt hier nur noch der... Der große. Oh ja, der hat ein schönes Loch in sich drin. Holt mir hier... Das ist ja jetzt auch egal. Mhm, dann die Waffe. Und einmal voll drauf damit. Warum ist hier oben eigentlich nichts zum Aufladen? Für die Waffe. Das würde uns sehr helfen. Da kommt jetzt noch kleiner. Da kommt der nächste, der große. Ja, damit schütze ich den nicht. Der bekommt hier die Pistolen, Munition. Ja, okay. Da sind direkt zwei. Ich weiß nicht, ob ich den bekommen habe, aber war... Ah, ich könnte sogar das aufladen. Damit... Ja, ich habe jetzt die gleichen Waffen. Und einmal aufladen. Der ist gleich tot. Ja, zwar auch bald. Aber der auch. Was, wo? Hier. Wie... Wie hat der denn so viel Schaden gemacht? Ist der tot? Der ist tot. Aber der eine große müsste dann noch kommen. Geht auch nicht. Scheinen alle gewesen zu sein. Ganz schnell mal alles mitnehmen. Ja, Heilungen gibt es hier nicht mehr. Die haben wir alle genommen. Davon haben wir alles genommen. Aber vielleicht doch. Vielleicht hier oben drin. Ah, Munition zwar besser als nichts, aber... Nicht, dass wir es... Ah, Heilung. Gut. Noch mehr sehe ich jetzt hier nicht. Nein. Schade. Na ja, dann können wir ja wenigstens gleich weg. Warum hat der seine Rüstung? Ach, doch, hatte doch. Na ja, gut. Wir sind eh voll damit. Dann steigen wir mal in den Zug ein. Warum gibt es hier keine Tür? Ach, die ist leer natürlich. Gut. Aber hier benne ich dann nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.